Weniger zum Leben haben als andere, das ist oft ein Tabuthema, obwohl in Österreich über 1,5 Millionen der Bevölkerung armutsgefährdet sind. Steigende Lebensmittelpreise und explodierende Mietkosten, nach wie vor ist Österreich von der Teuerungswelle betroffen. Doch was versteht man unter Armut? Armut bedeutet, dass man nicht genug Geld hat, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Als armutsgefährdet gilt in Österreich, wer mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung auskommen muss. Diese Einkommensgrenze wird als Armutsgefährdungsschwelle genannt. Tanja Wessele im Gespräch mit KRONE TV erklärt, wie Armut gemessen wird. Wir gehen nach den europäischen Berechnungen. Es gibt ja unterschiedliche Statistiken, das ist schon wahr, aber ja. Es geht darum, dass man nicht genügend Geld hat, um seinen Alltag zu bestreiten und vor allem bei der Armutsgefährdung einfach Dinge des täglichen Gebrauchs nicht ersetzen kann, wenn sie anfallen. Also so wie aufgezählt Kühlschrank, Waschmaschine, Wintergewand. Da reden wir noch nicht von irgendetwas wie Luxus. Wir reden nicht von einem Urlaub, den jeder Österreicher kennt, nur von Basics. Aktuell liegt die Einkommensgrenze in Österreich bei 1.390 Euro monatlich für einen Ein-Personen-Haushalt. Für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern sind es 2.625 Euro. Besonders armutsgefährdet sind Kinder, Frauen im Alter, Alleinerzieherinnen, Langzeitarbeitslose und Menschen mit chronischer Erkrankung. Wie hier die Situation aussieht, erklärt uns Tanja Wessele. Kinder sind lieb. Die versuchen dann der Mutter zum Beispiel keine Sorgen zu machen. Sie brauchen deswegen nichts und sie wollen zum Beispiel ganz sicher nicht mit auf den Schulstirkus fahren, weil das ist blöd. Sie nehmen sich selbst zurück, sie verkürzen ihren Horizont. Nein, man will nicht zum Weltraumfahren und Astronaut werden. Das ist blöd. Sie kompensieren für das Umfeld, sie kompensieren für die anderen Kinder, für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Familie. Sie nehmen sich aktiv zurück und das ist natürlich für Kinder ganz dramatisch, denn die müssen ihren Horizont erweitern, sie müssen in die Zukunft blicken. Das ist ja quasi die Aufgabe der Kinder. Menschen, die armutsgefährdet sind, haben oft schlechtere Wohnbedingungen, sind öfter krank und haben weniger Zukunftsaussichten. Sie arbeiten, aber es bleibt am Ende des Monats oft nicht genug Geld übrig. Österreich steckt fast ein Drittel des Bruttoinlandprodukts ins Sozialsystem. Trotzdem gibt es laut Statistik Austria in Österreich mittlerweile 1,55 Millionen Personen, die gefährdet sind, in Armut abzurutschen. Darunter Kinder und Jugendliche. Für einen funktionierenden Sozialstaat sind das immer noch zu viele.